Hallo, hier ist der Manni. Ich bin eine Spielerfrau von einem MP3-Spieler. Und das ist ja schon schlimm genug, aber wenn ich euch jetzt noch sage, dass ich in den 80ern die Frau von einem Walkman war, das glaubt er mir kaum, der war vielleicht verspult. Hier ist der Kommissar Meiner. Neulich habe ich innerhalb einer Ermittlung in einer Kindergartengruppe einen MP3-Player konfisziert. Nachdem ich das Beweismaterial umfangreich gesichtet habe, konnte ich aber den Verbrecher ermitteln. Es handelt sich um einen gewissen Benjamin Blümchen. Na gut, da muss ich jetzt mal auf Lechi, da muss ich nämlich jetzt mal Haftbefehl anrufen, dass der mal regelt. Na, hallo? Geht's jetzt gleich los? Ja, spricht Wolfgang Abadeus von Beethoven. Ich habe ein schönes Klavierstück komponiert, danach habe ich es kompostiert und zum Schluss noch komprimiert. Aber hören Sie doch mal selbst. Herrlich! Ich find's selbst gut. Brilliant! Die Sputnik Sputnik Mailbox Jeden Morgen 20 nach 6 und 20 nach 8 bei Sputnik Tag und Wach Und immer als Podcast auf sputnik.de Sputnik tag und 20 nach 8 bei Sputnik Tag und 24 nach 8 bei Sputnik.de Ich bin gespannt, ob dann zur Sputnik Tag und 20 nach 8 bei Sputnik.de Ich bin gespannt, ob dann auch schon ausreichend warst. Sputnik Tag und 20 nach 8 bei Sputnik Tag und 20 nach 8 bei Sputnik.de